Die Stuggi TV Schultour 2014 Stuggi TV, deine Stadt, dein Sender Hallo und herzlich willkommen bei Stuggi TV Schultour. Ich bin Melissa und das ist Josy. Wir sind gerade an der Parkrealschule Zuffenhausen und unsere Mitschüler führen heute eine Umfrage zum Thema WM 2014. Das Thema interessiert euch sicherlich auch sehr, da alle im Fußballfieber sind und sich total auf die WM freuen. Darum haben wir euch gefragt, wie schaut ihr die WM? Zu Hause, draußen. In Spanien und dann zu Hause. In Spanien. Großteils an öffentlichen Plätzen, weil ich meine anderen Fans feiern will. Mit wem schaut ihr die WM? Mit Familie eher. Freunde. Freunde. Familie und Freunde. Freunde, Familie, alles, alle, die mich umgeben. Welches Land ist euer Favorit? Also ich bin für Brasilien, eigentlich auch für Italien, aber auch ein bisschen für Spanien, aber Hauptteil für Brasilien. Kolumbien. Natürlich für Portugal. Belgien. Für Spanien. Bosnien, weil ich aus Bosnien komme. Welches Land glaubt ihr gewinnt? Brasilien oder Spanien? Spanien. Brasilien. Spanien natürlich. Ich hoffe Italien, aber ich glaube eher Richtung Spanien oder Belgien. Ich glaube irgendwie Brasilien, weil Spanien wird ja nicht drei Mal hintereinander Champion. Habt ihr einen Lieblingsspieler? Cristiano Ronaldo, weil er ist einfach der Beste. Edin Dzeko, weil er Bosnien ist. Ja, Torres, weil er ist der Hübscheste und Beste ist. Balotelli. Weil er einfach der Kursste ist und halt die Dinger macht, wenn es darauf ankommt. Ich bin Duschlem und das ist Fatima. Und das war unsere Umfrage zum Thema WM. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, uns zuzuschauen. Wir wünschen euch viel Spaß bei der WM 2014. Bis zum nächsten Mal.